So, Angriff auf, was ist das? Ja, Skandinavien. Irgendwie. Mal gucken. Ah ja. Mit dem Sammler feindliche Infanträber fahren. Ja. Wir haben 14 Panzerdivisionen an dieser Grenze. Und die Alliierten halten Sie mit nur drei Divisionen auf? Bei der Geschwindigkeit des Vormarsches unserer glorreichen Kampfroboter haben wir in 60 Tagen ganz Europa eingenommen. Mag sein, aber elf Monate hinter dem Zeitplan. Es ist für unsere Propaganda überaus wichtig, dass wir Berlin vor dem Geburtstag des Genossen Stalin erobern. Nein, doch. Genosse Gradenko, haben Sie nicht berichtet, alle Waffenfabriken seien gesichert? Ich habe Sie persönlich inspiziert. Wir konnten dann die Alliierten Schweine unsere Fabrik bei Sofrensk ausschalten. Unmöglich. Meine Sicherheitsvorkehrungen waren... Wirkungslos, wie wir befürchtet haben. Das war unsere wichtigste Fabrik. Werden wir jetzt überhaupt noch laut Plan vorankommen? Was ist mit Einstein? Verläuft seine Antriebsforschung immer noch nach dem Zeitplan? Nun? Ich muss berichten, dass vor ein paar Stunden nun Einstein wurde gekidnet. Ich weiß. Wir holen ihn schon in diesem Moment gerade zurück. Gut. Sehr gut. Ich würde nur ungern einen so ergebenen Offizier wie Sie töten, Gradenko. Ich weiß nicht, wo Einstein ist. Noch nicht. Aber ich weiß, wer unsere Sache verraten hat. Wir haben die Datenkennung eines alliierten Infiltrators in Kyriagin geortet. Er muss schnellstmöglich deaktiviert werden. Auf nach Kyriagin mit Ihnen. Stöbern Sie ihn mit Ihren Suchhunden auf, bevor er noch mehr verraten kann. Ich hätte gerne dieses Skript von damals gesehen. Sinnlos in irgendwelchen Blätternwursteln. So tun, als ob man irgendetwas schreibt. Für Königin und Vaterland. Dankeschön an den anonymen Spender für fünf Subs. Dankeschön. Mega Sache. Swafnir. SwakopGuy, alter Ego, Dragmord und Silver sind dank einem anonymen Spender hier dodofiziert worden. Ihnen vielen Dank und ganz viel Spaß euch. Wie durchkämpft die Wüste. Ach ja. Ja, da war Kayn, ja. So. Ähm, also. Erspiel unter Alliierten hat unser Sicherheitssystem umgangen. Unsere Basisbeschädigung versucht nun zu entkommen. Spüren Sie ihn mithilfe Ihrer Wachhunde auf und eliminieren Sie ihn. Die Zivilisation, äh, die Zivilisten helfen dem Spion und haben ihre Truppen sich erfallen gestellt. Äh, okay. Spion, nix entkommen. Sprengladung platziert. Was? Unser Stützpunkt wird angekündigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Zeit läuft. Alles klar. Ich glaube, wenn ich da durchlaufe, sind die Hundis einfach futsch, ne? Insofern müssen wir wohl da durch. Hundi! Einer hat einen KI-Aussetzer. Moment. Wer, wer führt die Hunde eigentlich? Also, ich, aber. Tempo. Ihr seid doch Hunde. Das geht schneller, wir wissen das. In die Kirche ist er. Okay, wenn wir da durchlaufen, sind die Hundi Matsch. Nein, nein, nein. Auch du bist da, Matsch. Boah, diese KI... Eeeeee. Eeeeee. Oh, hi. Oh, nix. Oh, nix. Da oben rum, vielleicht. Wir haben von hier unten kommen, Tipp. Mal gucken. Muck, grüß dich, hallo. Hm. Das ist aber auch nix, ne? Okay, interessant. Mal gucken, ob man ganz oben rumkommt. Da ist noch einer zum Wegbeißen. Den da. Ich soll Dave essen. Euer Ernst? Ich soll Dave essen? Dave hat nichts getan. Dave ist unschuldig. Ich soll Dave essen. Das sind Grenadiere. Sind da Grenadiere überhaupt dabei? Ja, so 1-2, ne? Ich glaube aber, die haben keine wirklich höhere Reichweite als das Ratateng, oder? Nein, leider nicht! Ah, aber, 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 Moment. Der kann doch bestimmt von unten hochwerfen. Gott, oh Gott! Ich habe diese Mission ja gar nicht mehr so im Kopf. Aber diese 5 Einheiten wurden in Schach gehalten von Dave. Dave war schon... ...einer Hund. In Ordnung. Oh Gott. Melde mich wie befohlen. Jawohl. Ja, Sir. Jawohl. Bestätigt. Sofort. Noch 10 Minuten. Oh, 10 Minuten! In 10 Minuten! Ja, Sir. Schauen wir mal. Die kümmert ihr euch? Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Jawohl. Die Türchen müssen... müssen ebenfalls zerstört werden. Da kennen wir nix. Erwarte ihre Befehle. Ja, Sir. Erwarte ihre Befehle. Erwarte ihre Befehle. Melde mich wie befohlen. Bereit zum Einsatz. In Ordnung. Oh, da liegt was. Moment. Melde mich wie befohlen. Sehr gerne. Jawohl. Aha, aha, aha. Ahhhh. Melde mich wie befohlen. Sofort. Ja, Sir. In Ordnung. So, dann müssen wir da jetzt rausballern. Das war wieder zu viel für die KI. In Ordnung. So weit kommen wir nicht. Ah, ja. Ich bin hier mal ein bisschen... Ja, ja, ja. Ja, Sir. In Ordnung. Einheit verloren. Ihr miesen Ratten. Einheit verloren. Einheit verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. Weiß zwar nicht wo, aber... Ey. 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 Der ist... Bestätigt. Bestätigt. Jawohl. Ich glaub das ja wohl nicht. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Oh, oh, oh. Einheit verloren. Oh, oh, oh. Ein, ein, ein... Ein Hinterhalt... Ein... Ein, ein verloren. Vielen Dank. Das war ein, ein, ein ganz, ein ganz hinterer Halt. Verwarte ... Ich habe nicht mehr so viel Einheit. Die Mission ist ja schon fast gemein hier. Ich mache jetzt hier trotzdem alles kaputt in der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwas rauskommt. Also wieder eine Kischtle. Ja, ohne zu gucken, mein Gedanke war, der kommt da und ich muss ihn vielleicht abfangen. Und hier sind Einheiten gespawnt, also dachte ich, nimmst du sie schnell, um ihn abzufangen. Aber ja, ich hatte mehr die Zeit im Auge, als jetzt die Gefahr, dass da eventuell... Wenn man es mal weiß, wie die Mission abläuft, ist es ja easy. Nur wenn man es nicht weiß, ist es gemein. Jetzt bin ich gespannt, ob du das noch drehen kannst. Ja, das Problem ist, dass die so auseinander... Wenn ein Hund da reinspringt, dann springt er von Gegner zu Gegner, nur die sind zu weit auseinander. Ein bisschen das Problem an der Kischt. Ich glaube nicht, dass es noch was wird. Na ja, keine Ahnung, da sind Feindesland Feinde kommen. Ja, eben. Oh. Oh, fünf Minuten. Okay. Einheit verloren. Sofort, ja, Sir. Okay, jetzt müssen wir kontrollierte... Natürlich. Sehr gern. Ja, Sir. Sofort. Dieser geizige Russe, ne? In Ordnung. Ein paar mehr Einheiten nennen sie ja schon. In Ordnung. Bestätigt. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Natürlich. In Ordnung. Jawohl. Achtung, noch vier Minuten. In Ordnung. In Ordnung. Ratte. Sehr gern. Jawohl. Jawohl. Sofort. Jawohl. Bereit zum Einsatz. Bereit zum Einsatz. Melde mich wie befohlen. Okay, KI bleibt dumm. Melde mich wie befohlen. Da kommen Kraniten geflogen. Ich lege mich mal die Beine. Jawohl. Ja, Sir. Ja, lass uns liegen. Jawohl. Wir legen uns hier mal ein. So, das ist gut. Achtung, noch drei Minuten. Ah, drei Minuten. Das reicht. Weißt du, was ich in drei Minuten alles mache? Gut, dass ich noch so ein Grenadier dabei habe. Er darf nicht sterben. Hinten. Ja, Sir. Alter. Sofort. Sofort. Melde mich wie befohlen. Erwartet Ihre Befehle. Sofort. Ja, Sir. Sofort. Oder so. Bereit zum Einsatz. Okay. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Söpsel mal wieder eine Granate raus. Los. Jawohl. Sehr gut. Weiter. In Ordnung. Wir haben ihn, den Hund. Sehr gern. In Ordnung. Noch zwei Minuten. Zwei Minuten. Wenn das jetzt eine super Einheit ist, ne? In Ordnung. Einsatz erfolgreich. Eine meiner leichtesten Übungen. Ha. Schon frei als wir. Boah. Das war echt alles wieder täuscht, wenn ich jetzt jemand draußen. War eine super Einheit. Hatten wir gesehen. Führung 19%. Bitte. So, wir greifen Deutschland an. Ja, gut. Dann, äh... Er kommt an. Wir greifen wollen an. So. Wer weiß, Würstel. Ach. Gute Arbeit, wie Sie den Verräter erledigt haben. Sie gefallen, Starlin. Enttäuschen Sie ihn bloß niemals. Und jetzt habe ich einen Spezialauftrag für Sie. Wir sammeln unsere Kräfte für einen Schlag gegen Berlin. Berlin. Darum spielen wir mit den Alliierten ein wenig, wie sagt man, Katz und Maus. Ich möchte, dass Sie ein Ablenkungsmanöver durchführen. Beschäftigen Sie den Gegner, bis wir Truppen hinter seinen Linien absetzen können. Mit dieser Verstärkung haben Sie dann die gegnerischen Funkverbindungen zu unterbrechen. Wir möchten Berlin lieber ohne Vorwarnung überraschen. Verstetigt. Oh. Cool, Panzer. Und Raketenwerfer. Und Hundis. So. Äh, äh, okay. Da haben wir augenscheinlich... Da haben wir augenscheinlich ein bisschen Erz. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Basis hier vorne auf. Und dann können wir auch die Brücke vielleicht besser verteidigen. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Oh. Asteroids bitte nicht, bitte nicht so, äh, äh, spoilern. Wenn ich Fehler mache, weiß ich, dann machen wir es nochmal. Neue Bauoption. So. Gut gebaut. Aber wenn ich das so sehe, wird die Brücke ohnehin kaputt gehen. Konstruktion abgeschlossen. Ja. Ich bin auf. Melde mich wie befohlen. Hier einsatz in Ordnung. Jam, 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 jam. So. Lass uns mal die Hundis machen. Ja, Sir. In Ordnung. Das Problem ist tatsächlich, dass die, äh, dass die dummen Panzer gegen Infanterie aussehen wie, ja, also, jetzt sind, U-Boot werft. Was ich jetzt hier schon alles habe. Am Anfang kann man immer nicht viel machen. Man könnte höchstens ein bisschen erkunden. Ja, Sir. In Ordnung. Ähm. Weiß ich immer nicht, was ich für nehmen soll. Wir nehmen mal die Panzer. Mensch, weißt du, zwei Schüsse drauf bekommen. Diese, 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 diese Soviet-Panzer sind halt einfach aus Pappe. Hunde sehen aus, als könnten sie die Panzer fressen, aber locker. Diese berühmten Panzerknackerhunde. Hier ist auch nochmal Erz. Das ist gut. So ein bisschen weiter weg. Auf das Feld hier, ah, warte mal, hier geht's in die Richtung ganz gut. Wir sind also wieder unten links in der Ecke. Bestätigt. Bisschen erkunden. Bestätigt. Bestätigt. Huch, ne, du doch nicht. In Ordnung. Huch. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Okay, wir müssen gucken, wo Gegner herkommen können. Das wird also von hier oben sein. Und das wird über diese Brücke sein. Konstruktion abgeschlossen. Eigentlich bin ich immer ein Freund davon, die... Neue Bauoption. ...regender Möglichkeit abzuschneiden. Äh, Waffenfabrik kostet 2.000. Gebenaut. Schauen wir das noch mit dem... Aua. Jawohl. Ich hoffe, ihr Befehle bestätigt. Oh. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Schieß. Ach, diese Panzer sind so schlecht. Wenn ich jetzt hier hinklicke, wo lang fährst du? Durchs Wasser, ne? Ah. Okay, kriegen wir hin. Das Ticken, ja genau. Das ist hier... Das Geld tickt runter quasi. Also wenn du was baust für 2.000, dann sind nicht... Werden die 2.000 bei dem Spiel nicht einfach abgebucht. Sondern das tickt halt so langsam runter. Und somit kann... Auch wenn du nur 1.000 hast, wird dann eben erst halb gebaut. Und wenn dann wieder 1.000, äh, Geld im, äh, im Lager sind, dann kannst du halt wieder, äh, weiterbauen. Tickz weiter. So, du warst noch nicht ganz fertig mit erkunden. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bilde mich wieder. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Dann sichern wir mal die Brücke. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Das nimmt auch kein Ende hier. Wir scheinen so ein großes Meer in der Mitte... Oh. Bestätigt. Okay, ich bin weg. In Ordnung. Shit. Ja, Sir. In Ordnung. Okay, ich hab den Gegner gefunden. Konstruktion abgeschlossen. Energieniveau kritisch. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Hab dir das schöne Geräusch gehört. In Ordnung. Hab da einen Panzer zum Reparieren. Ja, Sir. In Ordnung. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Nein, 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 nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wir brauchen eine Reparaturwerkstatt. Wird gebaut. Eine Reparaturwerkstatt. Das ist auch so wie ein weißes Schimmel, ne? Ja, Sir. Bestätigt. So. Eine Einheit zum Verteidigen dort. Was ist nicht gut? Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Schieß nochmal. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Du bleibst da. Ja, Sir. Bestätigt. Weißt du, wie so ein Panzerschuss auf eine Infanterie einfach überhaupt nichts ausrichtet? Oh, Gott sei Dank. So. Ah ja, stimmt. Die hatten dieses Kreuz. Ich will mich hier ein bisschen hochbauen, sodass wir dort in Richtung des Erzlagers kommen. Die reparieren wir dann mal schön. Ein weiteres Kraftwerk. Dann können wir ein paar Türme bald bauen. Hier versuche ich mal dicht zu machen. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Das ist echt verrückt. Nach so vielen Jahren erinnere ich mich immer noch zum Teil an die Mission. Ich tatsächlich nicht. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Warte mal. Wie viel Geld haben wir jetzt nicht? Wir versuchen uns da schon mal ein bisschen rüberzubauen mit Silos. Und die alte Taktik wieder. So, du gehst reparieren. Konstruktion abgeschlossen. Ja, die sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, die Brücke. Machen wir so ein Erkundungshundi. Kann man ja relativ gut nachbauen. Ja, ich opfere im Zweifelsfall ein Hundi. Steinigt mich. Wo waren sie denn da? Bauen wir uns hier vor und machen hier mal dicht. Wird das schon mal safe. Weil hier scheint ja der Gegner zu sein. Einheit verlobt. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Das ist ja wohl. Einheit repariert. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ruhmpuff hier. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Die ist repariert. Ja, Sir. Ja, Sir. Melde mich wie Befohle. Bestätigt. Das Silo ist bereit. Das Verteidigungssilo. So. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Da müssen wir dann gleich mal eine Truppe an Einheiten hochschicken, glaube ich. Erstmal Verteidigung aufbauen. Ich weiß, wahrscheinlich ging diese Mission viel, viel schneller, als ich es mache. Aber ich mag das einfach auch so ein bisschen auszuprobieren. Ein bisschen unnötigen Kram zu bauen. Ein bisschen länger zu brauchen. Alles auszukosten. Konstruktion abgeschlossen. Sind keine Menschen, also sind das auch nur Cyborg-Kunde. So ist es. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Gebäude verkauft. Konstruktion abgeschlossen. Jo. Dann machen wir jetzt hier. Wird gebaut. Erste Verteidigung. Oh, da hat er ein bisschen was stehen. Wird gebaut. Brauchen wir auch mal Panzer. Wenn der da meint hier, dann meine ich aber auch. Radarstationen, genau. Ja, ja, kommt auch alles. Erstmal eins nach dem anderen. Verteidigung, Konstruktionen, dann kommen Radarstationen, dann Panzer, wie gesagt, will ich jetzt aber auch ein bisschen aufbauen und mal so einen schnellen Rätminen lege. Ach so, ich dachte, das wäre so ein Ratatat. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit, in Ordnung. Wenn man schießt, schießt man auch Erz weg. Das ist immer ganz gefährlich. Wisst ihr, ich habe schon, ich weiß schon, warum ich hier erst Verteidigung aufbaue. Endlich meine KI. Das ist immer repariert. Gebäude verkauft. Erstmal reparieren. Wird gebaut. Ein Tretminenleger. Konstruktion abgeschlossen. Finde ich ganz interessant. Halt. Oh, da gibt es eine Warteschlange, das ist gut. Wird repariert. Wird gebaut. Einheit repariert. Ja, siehören. In Ordnung. Erwartet ihr Befehle. Bestätigt. Wir gehen da jetzt mal drüber. Einheit bereit. Ihr Einsatzfahrzeug wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. So, falls da nochmal ein Panzerchen kommt. Achso, ich kann hier nicht. Ich wollte noch ein... Jetzt kann ich es nicht symmetrisch bauen. Okay. Energieniveau kritisch. Ich habe es vom Sumselt. Wird gebaut. So, dann haben wir hier eine kleine Verteidigungslinie. Hansa hier in die Mitte. Unzureichende Finanzmittel. Da gibt es wieder Finanzmittel. Gar kein Problem. Ach nein, ihr Dummies. Halt, stopp, aus. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn mehrere Einheiten über eine Brücke wollen. Spielabsturz. Was? Was? Ja, Sir. Bestätigt. Meldeming. Bist du vor Pullen? Meldeming. Kieger in der Ordnung. Bestätigt. Na, diese Scheiß für Inventry. Ja, ein Ausdruck. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Erwartet ihr Befehle. Bestätigt. Ja, Sir. Ihr Einsatzfahrzeug. Einheit bereit. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. In Ordnung. So, einmal Reparatur. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ganz wichtig. Ja, so Basen müssen immer symmetrisch angelegt sein. Bestätigt. Wird gebaut. Meldeming. Bestätigt. In Ordnung. Wird repariert. Konstruktion abgeschlossen. Das sind Diamanten, beziehungsweise Edelsteine. Und, ähm, das ist, ist, ist natürlich um, um Längen besser als Gold. Äh, jetzt brauche ich nur mal eine Idee. Okay. Hallo? Schießen? Ja, wunderbar. Anhaltend. Repariert. Bestätigt. Ja, ja. Ich will nur mal eine Idee haben, wie ich da, wie ich da hochbaue, weil, äh, so ein... Äh, den Sammler sollte man eigentlich jetzt schon da hinschicken. Wow, da kommen die auch richtig Einheilige. Schön. Machen wir was zum drüberfahren. Erwarten Ihre Befehle. Bestätigt. 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 Oh, können wir ein bisschen drüberwalzen. Wieso, wieso schießen wir eigentlich beim Laufen? Cheek. Oh, ja, grüß dich. Hallöchen, danke für dein, danke für dein Zeitpunkt. Seit 16 Monaten auch schon. Digga. Okay, da kommen jetzt einige. Ja, gib mal auf. Gut, haben wir erstmal erkundet. Dann schicken wir die mal zurück. Ja. Hab ich sie ja sonst wohin geschickt. Komm schon. Hä, geh da dahin. So. Wir brauchen mehr Erz. Bei Sammler, auf jeden Fall. Ja, ich hab nur überlegt, ob ich da rüber bauen kann. Stehst du? Kann man da auf der Brücke bauen? Ah, du Dummi. Konstruktion abgeschlossen. Dafür hat man, dafür hat man einfach, um an den Kongrechen liebhasst. Nee, kann man nicht. Okay. Okay. Wir gehen mal ein paar Minen legen. Oh, kurz Platz, dass wir hier rauskommen. Oh. Geldmittel unzureichend. Ja. Mach mal schneller hier. Kann nicht repariert werden? Kann nicht gebaut werden? Kann eigentlich gar nichts werden. Okay. Oh. Ich frag mich, ob man da auch selbst reinfahren kann. Alliierte Verstärkungen sind eingetroffen. Alliierte Ver... Einheit bereit. Wird gebaut. Wui, 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 wui. Weg da, weg da, weg da. Einheit bereit. In Ordnung. Einheit repariert. Ihr Einsatzmarsch. Unser Stützpunkt wird angegriffen. In Ordnung. Ja, da guckst du dumm, ne? Melde mich wieder vor. Bestätigt. Bestätigt. Bleib einfach da. Der kommt gleich wieder von oben. War das alles? Alliierte Verstärkungen sind eingetroffen. War das alles an Geld? Ich glaube ich. Gestoppt. Abgebrochen. Wird repariert. Unzureichende Finanzmittel. Machen wir mal hin. Wir brauchen den zweiten Sammler. Noch ein Geld. uralverwech.